Ab und zu werden mir KI-Tools vorgeschlagen und dann kommt es auch mal vor, dass ich so angetan von einem Tool bin, dass ich erst mal ein Video darüber machen muss. Nicht nur, weil mir das Tool so gut gefällt, sondern weil ich auch denke, dass es auch deine Arbeit verändern kann. So auch in diesem Fall Visualisierung komplexer Textinhalte mit Napkin. Was das genau ist, was es kann, wie es geht, zeige ich nach dem Intro. Bis gleich. In regelmäßigen Abständen sitze ich mit meinem Freund David Rödler zusammen. Wir tauschen uns über Formate, über Tools, über Methoden von KI im Bildungsbereich aus. Und beim letzten Mal hat er mich gefragt, kennst du eigentlich schon Napkin, ein Tool für die Visualisierung komplexer Textinhalte? Und nein, ich kann das noch nicht. Ich habe es mir aber mal angeschaut und ich muss sagen, ich bin wirklich total angetan davon. Was ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. Napkin AI ist die Website. Aktuell ist der Dienst noch in der Beta-Phase. Das heißt, man braucht manchmal ein bisschen länger, aber es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Es ist komplett kostenlos aktuell auch nutzbar. Und auch später wird es hier einen kostenlosen Tarif und auch einen Bezahltarif geben. Was macht Napkin? Napkin kann entweder Texte per KI generieren oder eben längere Texte erfassen und kontextbezogen Visualisierungen, Designs und Grafiken erstellen. Schauen wir uns das mal konkret an. Ich habe jetzt hier unser altes Projekt, das EdoWirst Social Projekt, nochmal rausgeholt. Habe Teile aus dem Projektantrag hier mal reinkopiert. Und ich habe jetzt hier erstmal einen ganz normalen Texteditor, den ich bearbeiten kann oder den ich nutzen kann, um mir hier meinen Text zu formatieren und reinzuschreiben. Und ihr seht, sobald ich hier irgendwie was markiere, entweder per Text oder hier per Cursor oder auch kompletten Absatz, dann erscheint auf der rechten Seite so ein blauer Balke mit einem Blitz da dran. Und wenn ich jetzt diesen Blitz klicke, dann wird mir nämlich genau für diesen Absatz jetzt auch eine Visualisierung erstellt. Also das heißt, ausgewählt war jetzt Ziel von dem Projekt und entweder werden mir die Ziele dann ja wortwörtlich oder eben im Kontext zusammengefasst. Und ich bekomme hier verschiedene Visualisierungen vorgeschlagen, die ich dann entsprechend auch nutzen, verändern, aber auch übernehmen kann. Also das heißt, wenn ich auch so einen Zeitstrahl habe, habe ich dann mal verschiedene Möglichkeiten, diese farblich anzupassen. Je nachdem, wie ich es haben möchte und kann aber auch einzelne Bereiche dann auch nochmal verändern, reinklicken. Ich kann die Farbe, die Icons ändern, indem ich nochmal draufklicke. Ich kann aber auch entweder komplette Teile oder die komplette Grafik mir dann auch als Bild oder als PDF-Datei auch herunterladen, sodass ich das auch später in einer Pressemappe oder auch in einer Präsentation zum Beispiel auch verwenden kann. Und das Ganze, das funktioniert erstaunlich gut. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal unsere Leitfragen nehme, die wir jetzt hier formuliert haben. Wie wirken sich gestaltbare Avatare aus? Welchen Einfluss hat Qualität die Realitätsnähe in digitalen Umgebungen? Dann wird mir hier doch relativ schnell, werden mir jetzt hier Grafiken auch vorgeschlagen. Und ich muss natürlich gucken, es passt nicht immer alles. Oft ist es auch einfach nur eine Symbolgrafik, ein Symbolbild. Oft aber, wie gesagt, auch die Nennung der einzelnen Punkte in einer Visualisierung hinzugefügt. Das ist immer auch sehr schick hier. Das Ganze funktioniert übrigens auch bei größeren und komplexen Einheiten. Das heißt, hier in der Arbeitsplanung habe ich zum Beispiel unseren Zeitplan. Das heißt, wir haben jetzt hier Auftaktveranstaltung Mai 23. Das geht dann hier hinten bis Dezember 23. Und das würde ich mir jetzt gerne kopieren. Ich sehe jetzt allerdings, dass die KI hier noch ein wenig braucht. So, jetzt wie gesagt, das ist wie gesagt im Moment so der Status der Beta-Phase. Aber ich glaube, das wird sich dann auch nochmal ergeben. So, genau, die Arbeitsplanung. Ich kopiere mir jetzt hier mal das komplette Kapitel der Arbeitsplanung. Und lasse mir jetzt hierfür auch eine Visualisierung anstellen. Und ihr seht, da wird jetzt ein recht großer Text, wird jetzt analysiert und bearbeitet. Und relativ flott wird mir dann hier auch eine Grafik erstellt. So, da hatte ich nämlich mal geschaut. Also auch so im Bereich Zeitstrahl oder sowas finde ich sowas zur Visualisierung nämlich total ansprechend. Das einfach nochmal so als Ergänzung mit dabei zu haben. Ja, ich habe mich mit meinem Kollegen Lukas darüber unterhalten. Und er sagte zu mir, das wird seine Art der Vorbereitung von Präsentationen auch grundlegend verändern. Da stimme ich ihm komplett zu, weil wir jetzt einfach auch in der Lage sind, wirklich KI generiert per Mausklick uns ansprechende Visualisierung für unsere Texte auch erstellen zu lassen. Und wenn wir mal ehrlich sind, auf die ganzen PowerPoint-Präsentationen gucken, die uns umgeben, das sind in der Regel Textwüsten. Da wird der Text dann einfach nur nochmal vorgelesen und letztendlich sollte eine Präsentation ja auch nur die Unterstützung von dem Gesagten auch sein. Und ich denke, dass wir hier darum nochmal einen Schritt näher kommen, anspruchsvolle Präsentationen zu gestalten. Mich würde es aber mal interessieren, was haltet ihr von Napskin? Kanntet ihr diesen Dienst schon? Kennt ihr andere vergleichbare Dienste? Ja, wo seht ihr Einsatzszenarien? Schlagt mir gerne was vor, meldet mir zurück, gebt mir Rückmeldung, lasst uns ein bisschen diskutieren. Ihr wisst, ich freue mich immer mit euch ins Gespräch zu kommen. Ansonsten erstmal viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.